Yo, meine lieben Bro-Wigs und willkommen zu einem weiteren Video mit Bobo Senpai, motiviert wie eh und je. Heute, Bobo, werden wir wie immer letztes Mal auch schon japanische Süßigkeiten essen. Schon wieder? Ja, du weißt doch, letztes Mal. Das ist gar nicht so scharf, oder? Ah ja. Und ich verspreche dir, Bobo, dieses Mal wird nicht alles nach Fuß schmecken. Ah ja? Ja, hoffentlich. Manchmal auch nach Popo, aber hauptsächlich lebe ich mir gerade. Ich habe eine Frage. Ihr fragt mich, Robo. Darf ich oder nicht? Frag mich. Hast du überhaupt keine andere Arbeit, jemand sitzt hier und macht diese Werbung? Das ist meine Arbeit. Ich habe die Nase voll. Ja. Egal, gleich hast du den Mund voll mit Schokoladenkuchen, den ich extra für dich rauskomme. Das sieht schlecht aus. Das ist wie gemalte Kartoffel. Bobo, hast du noch nie einen Keks gegessen? Noch nicht. Pie? Was heißt pie auf Englisch? Pie? Was denkst du? Ich glaube Po. Amerikanische Pie. Pie, yes. Ah, yes, yes. Yes, yes. I, 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 I am an Sran. I am an Sran. Guck mal, geht nicht ab. Das ist übelst matschig irgendwie. Aber, aber ehrlich, das riecht sehr gut. Das riecht in Kakao. Ja, nach Kakao Schokolade. Kakao Schokolade liebst du nicht? Mmmh. Das ist so weich. Das schmeckt wie Mehl irgendwie. Das ist nie so süß. Ne. Das ist nie so süß. Tut mir leid. Uah. 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 Komisch aussehende Trinkflasche. Warte, was soll ich machen mit dir? Du musst so drauf tun. Ach so. Im Prinzip so ein kleines Ding hier. Ah. Das ist dabei. Ach so, du musst abmachen. Ja, ja, ja. Du musst ab. Pack das hier oben. Da oben ist so eine Perle drauf. Die muss man wie rausballern. Oh, da haben wir im Kopf. Uah. Ne, nicht mit Kopf. Bitte sagst du, sagst du nicht, ich nicht die, äh 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 Sache. Warum? Gute Sache. Einfach. Gucken Sie bei mir gucken. Das ist schlampig. Einfach so. Auf den Fuß bitte. So. Und das? Behalten Sie das. Und dann. Soviel dazu. Hahaha. Oh. Ah. Ja. Das ist schön. Ne. Das ist heute. Bitte nicht. Das ist gipfel. Das ist gipfellich. Bitte nicht. Ah. Hahaha. Bitte Zuschauer, nicht machen. Das ist gipfel. Er ist dumm. Er ist. Ah. Dumm wie eine Siege. Oh mein Gott. Baba mein Kopf. Süßigkeit, die aussieht wie Scheiße. Leute. Leute. Ihr müsst eine Sache über, ihr müsst eine Sache über Baba Semperi wissen. Dieser Mann, er war im Krieg. Er hat alles schon gesehen. Er hat alles schon gesehen. Sitzen. Hör auf. Er hat alles schon gesehen. Sitzen. Hör auf. Aber ich bin gespannt. Mach nicht Zeit für den Schminen. Ich muss gehen. Schneller. Bitte. Ich habe keine Zeit. Ich bin gespannt, ob er es packt. Die zu essen. Was ist das? Das ist kacke. Das ist diesmal wirklich kacke Baba. Diesmal kein Paar. Ich muss kacke essen. Ja. Das ist unsere Lektion. Du bist eine gute Sohn. Ich will nicht. Tut mir leid. Du musst. Nee. Muss nicht. Muss nicht. In meinem Haus muss nicht. Bitte. Hör auf. Coca Cola kacke. Ehrlich machst du meinen Geschmack weg. Und jetzt? Ach du liebe Gott. Du bist pep. Du bist pep. Hör auf. Drei. Zwei. Eins. Ne. Das geht nicht ab. Wie hast du es gemacht? Warum hast du es so? Einen Job. Wie hast du es gemacht? Ich weiß nicht. Das geht nicht ab. Das geht dich nichts an. Leckeres Eis aus Plastik. Mochi, 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 Mochi. Oh, das ist Kokon. Was denkst du? Ehhhhhhhhh. Mama. Okay. Was ist das Weiße? Rose. Ich mag es mir gar nicht so. Ne. Das ist. Ich weiß nicht. Die ist Japana. Warum das ist nicht ein bisschen süß? Wieso machst du nicht immer? Mh. Das erste Baisen. Das ist so. Geschmäckhaft. Baba. Geschmäckhaft. 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 Geschmackknossen. 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 Aber wenn. Wenn einfach machst du in deinem Mund so bewegen. Ergebnis kommt. Wann? Hat überhaupt keine Süßigkeit. Ergebnis. Was ist das? Durchgefallen. Durchgefallen. Mach auch. Oh. Saures. Hier haben wir einen. Nicht passiert. Hier haben wir zwei. Nicht passiert. Bist du sicher, Moos mit Wasser? Hä? Da steht die. Ne, das ist nicht mit Wasser. Ich schwöre es mit Wasser. Ne, ne, ne. Bist du Ingenieur von japanischen Süßigkeiten? Aber ich bin chemikalisch. Öh! Leute! Welche Sprache ist geschrieben in dieser Packung? Ähm, als... Koranisch oder Chinesisch? Als Portugiesisch. Nein. Das ist ein kleines Tierchen, was wir jetzt essen. Boba, wenn du Vegetarier bist, tut mir leid. Jetzt wirst du zum Mörder. Komm, wie süß er ist. Oh, das ist süß. Wie schön, das sind so Perlen. Guck mal, wie schön. Alter, das ist schön. Jede Farbe hat andere... Guck mal, was wir gemacht haben. Wer räumt das auf? Das ist deine Aufgabe. Schwester! Nee, das ist nicht auch Bob von Schwester. Du musst alles aufmachen. Mama! Das war's mit der wunderschönen Show zusammen hier. Boba Senpai. Es hat echt Spaß gemacht, Boba. Ja. Ich hoffe, du bist nächstes Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Süßigkeiten in den... Ich hoffe, du bist nächstes Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Süßigkeiten in den... ...Mama. Kochtopf... ...Bestecken. Was? Danke an otaku.de dafür, dass ihr uns diese ganzen Köstlichkeiten zur Verfügung gestellt haben. Checkt sie ab, Link in der Beschreibung. Wir beiden Hübschen werden jetzt das Ganze auskotzen gehen. Ja. Ja. Und wünscht euch noch einen wunderschönen Tag. Ich auch. Wunderschönen Tag von liebes Zuschauer. Liebe Zuschauer. Schönen Tag drauf. Passt auf eure Ochenchen auf. Wieder, wieder. Hast du meine Stimme gemacht? Nein, das war meine eigene Stimme heute. Ich bin so schwach, Papa. Sonst, ich muss richtig dich legen. Komm her. Hör auf. Komm her. Guten Abend. Guten Abend. Entschuldigung. Und bis zur nächsten Folge. Geh. Passe auf eure Oshishi auf. Und. Liebui. 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 Liebui.